So, komm, gehen wir. Ich komm ja schon. Aber wir können auch noch zum Menster gehen. Nee, nee, also ich hab keinen Hunger oder will auch kein Eis oder so. Ja, hast du das gehört? Ja. Cool. Cool, etwas für Katzen. Da, da geh ich jetzt mal hin. Brauchst du noch lange? Komm schon. Boah, bin ich müde. Boah, bin ich müde. Ja, ich auch. Suchen wir uns einen Unterschlupf. Ja. Geht es hier vielleicht? Ich weiß nicht, vielleicht schon. Oder ich hab mein Bestradie. Hier ist es nämlich richtig gemütlich. Ja, dann hast du recht. Schlafen wir hier? Ja, okay. Bin ich müde. Ja, ich auch. Gehen wir ins Bett? Ja, okay. Wie machen wir uns dann glücklich? Ja. Ja. Ich bin Draculaura. Ja, hallo, ich bin Draculaura. Ja, schönen Namen. Danke, du auch. Danke. Wollen wir Freunde sein? Ja, klar. Schauen wir mal, was wir gleich haben. Ja. Okay. Ja. Ich muss leider gehen, tut mir so leid. Ich werde dich bemühen. Ich dich auch, Catherine. Und Draculaura, du bist meine beste Freundin. Du auch meine. Tschüss. Tschüss. Nein. Mann, hatte ich einen schlechten Albstraum. Ich nicht. Ich, wie wir uns begegnen sind. Genau so? Nee. Anders. Aha. Möchtest du mir deinen Traum verraten? Äh, wenn du möchtest. Also es war so. Wir haben uns, also, deine Eltern haben dir gesagt, dass du wegziehen musst und, also dass, ihr zieht weg. Und, 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 und wir haben uns dann umarmt und haben geweint und haben gesagt, Tschüss und so, dass wir uns bessere Freundinnen waren und so. Und, ähm, ja, dann bist du weg. Dann hast du weg müssen. Oh. Oh. Ich werde dich doch niemals verlassen. Ich dich auch nicht. Ich. Ich werde dich doch niemals verlassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.